servus leute und willkommen zur dritten folge der daima 1998 demo so das rätsel ist gelöst so und weil ich damit rechne ist jetzt irgendwas passiert noch mal nachschauen wir laden jetzt noch mal alles nach was wir haben frage ich mich ob wir hier kugeln auch einfügen können das geht nicht verdammt es klingt jetzt nicht gut scheiße das hat irgendwas von teilen finde ich wo glück gehabt muss ich mal kurz was gucken gibt es eine lachtaste im nahkampf ok wenn ich nicht ziele ok ich glaube der ist tot aber das hier hat schon was von tyrant oder mit den klauen fingern und alles das ist das ding das sich geöffnet hat im schuss wechseln wir mal wir haben mission control plx 731 sample secure on route to second helipad for extraction do you copy hacking system das ist das job agent but i'm afraid i have some bad news the objective of this operation has been updated agent crycheck and west have disappeared and until they've been found we can't allow you to leave the building your new objective is to complete the mission of the epsilon team und download all the research data on your d.i.d. glaze confirm status update over new objective confirmed on my way over sure i'm just a war dog after all ja ach jetzt verstehe ich es co komm 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 Ah, guck mal, das war eine Frage, die ich mich gestellt habe. Ob das Inventar... Quist! Nein, tut's nicht. Oh, fuck. Okay, also... Whoa! Ja, ja, ich hab's jetzt verstanden, wie es funktioniert. Ja, ja, ich hab's jetzt verstanden. Ach, da ging's gar nicht lang, das ist nur... Wow! Gut, nur... Munition ist gut. Na, keine Schuss mehr. Es gibt sogar verschiedene Munitionstype. Ja, das ist geil. Ach... Wo muss ich denn jetzt hin? Ah, okay, also zurück muss ich nicht. Ich muss dann wirklich in diese Richtung. Okay. 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 Ach, ja. Stimmt, ja. Ich hab ja den Virusstamm noch gar nicht aufgenommen. Okay. 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 Ich bin nur ein Wartog, nachher. Ernsthaft? Okay. Oh Gott. Wow. Was ist das? 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 Oh, guck mal! Da steht auch einer vorne dran! Seht ihr die Hand? Oh Gott, sieht das doof aus. Ma'am, es tut mir leid, wir haben geschlossen. Du animiert niemals einen Entwickler und Slip, ich verstehe es nicht. Bleib du mal da hinten stehen, dann schaue ich mal kurz hier mein Magazin nach. Hier Schuss, okay. Kann ich so auch nachprüfen. Hefeist das? Geil. Ah, hell. Prolux, wie dieses komische Virus heißt, das unsterblich macht, so ein Zufall aber auch. Der Chef von dem Laden sitzt im Rollstuhl. Steve Spencer von Resident Evil. So ein Zufall aber auch. Oh, oh, oh. Das ist jetzt unfair. Also sehen, wie das hier funktioniert. Wo ist alles, was soll ich wissen? Ich würde jetzt sagen, hier, Prolux, aber... Ui, wo soll ich das wissen? Hm. Arras. 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 jeder hat jemanden virus hochgeladen oder das ist das zeichen dass es ein virus alarm ist nach kronos ja wong ernsthaft das vielleicht eine ada ach warte mal okay wie heißt noch mal das zeug da oh lux okay was ich geschrieben habe verschwindet wieder das war gerade falsch geschrieben ja 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 ja